Okay, los, Achtung, genau. Uwe, der macht ein Video. Dann wollen wir mal, ne? Jungs und Mädels, herzlich willkommen am Ort. Wir sind Stadler. Ich hab Höhenangst. Wir sind sowas. Herzlich willkommen in unserer kleinen Therapiegruppe gegen Höhenangst. Herzlich willkommen in unserer kleinen gemütlichen Runde. Ich hab Höhenangst. Unser kleines Maskottchen, die Ratte an Bord, möchte auch einmal kurz Hallo sagen. Alter, haben wir immer noch. Fangen wir mal ganz gemütlich an. Ganz entspannt. Ganz locker. Kann sich jeder erstmal den komischen Onkel hier angucken, ne? Und in dieses unseriöse Gesicht liegt ihr Leben. Wo sind Benni und Ellie? Die standen da. Aber jetzt ist es spät, ne? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt hab ich euch, jetzt krieg ich euch, jetzt fresse ich euch. Dann schicken wir euch nach oben. Ich wünsche euch noch ein geiles Leben. Und tschüss. Wo sind die? Wo sind die? Und hier ist die? Und dann schicken wir euch, jetzt leidlich. Dann schicken wir euch. Dann schicken wir euch mal. Oder? Ich bin gesund. Und dann schicken wir euch mal. Ich kann jetzt mal gucken... ...mich doof oder seh ich die auch nicht? Jetzt! 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 Ah! Oh ja! Oh ja! Viva London! Viva London! Viva London! Und wie schaut's aus? Alles gut? Ja! Außer Frederic! Außer Frederic! Na komm! Wollen wir nochmal, ne? Das war doch erst die Hälfte, Mensch! Wir fahren jetzt doppelt so hoch und doppelt so schnell! Ohne Rücksicht auf Verluste! Achtung! Sicherungsbolzen kommt! In 3...2...1... Da hab ich euch! Na dann! Ich wünsch euch ganz viel Glück! Ihr könnt's gebrauchen! Und... Ja? Ja? Ja! Oh! Es ist zu spät zu sagen, dass ich raus möchte? Ja! Hey, wo sind die beiden? Ja! Es ist ja nur, dass die meinen Rucksack haben, wo alles drin ist! Die andere Kamera, mein Handy, mein Portemonnaie, alles! Und im Portemonnaie ist das Ticket! Ja, da musst du wohl hier schlafen, ne? Ja genau! In Düsseldorf! Ohne Geld! Ohne Geld! Guck mal, er hat auch ganz viel Spaß gehabt sein! Ja! Oh, Flugzeug startet! Oh, Flugzeug startet! Ganz interessant! Ja! Ja! Aber heute morgen, bei den Wartungsarbeiten, da waren unsere zwei Elektriker, um den Turm zu nennen. Wir hatten ein technisches Problem. Die waren da heftig ein bisschen untergekommen. Wenn ich euch das jetzt einfach so erzählen würde, ihr könnt uns mir eh nicht glauben. Deswegen habe ich schnell eine Sprachaufnahme gestaltet. Ich muss dazu sagen, das letzte Mal, als die beiden nach oben sind ja gefahren sind, während der Fahrt die Blumen hochgegangen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. In diesem Sinne, toi toi toi! Hört es euch mal an, was hier heute morgen los war. Bei drei schneidest du den grauen Draht durch. Eins, zwei... Warte, 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 warte! Ich habe keinen grauen Draht! Oh, jetzt! Jetzt geht's los! Ich fühl mich schon. Wenn du nach unten guckst, das ist richtig heftig. Alter, du warst mal gefreind. I got a hangover! I got a hangover! Oh, 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 oh! Jawoll, ihr habt's überstanden. Ihr habt den Hangover! Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020